89 in Leipzig Ich bin bei entfernten Verwandten in Oberweilerbach untergekrochen, die kennen mich nicht, die wissen von nichts. Man muss mit den Menschen auf jede Art reden, reden können. Die Absicht, eine Mauer führst. Führerung passiert, ganz genau. Den totalen Krieg! Wir können abheben. Halt! Halt! Ich habe nicht ans Abholen geglaubt. Ich habe nur ans Unglück geglaubt, das ich mir vorstellen konnte. Halt! 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 Halt!